Hallo und herzlich willkommen zu Your News, die News aus Jorvik. Tja, die heutigen Themen sind das kleine Update und des Weiteren nur Spekula... Spekula... Spekulatius? Spekulationen? Das Wort kann ich glaube ich nicht aussprechen. Generell Vermutungen, was denn diesen Mittwoch auf uns kommen mag. Ich habe jetzt zumindest auf Instagram nichts mehr gesehen, was uns erwarten könnte. Aber fangen wir generell mit dem Update an. Denn jetzt kam eigentlich das kleine Zoni raus, was wir auch hier bei Idris kaufen können. Wenn wir den Zirkus aufgebaut haben, können wir dieses kleine schnuckelige Pony kaufen. Das hat bessere Werte, deswegen ist es auch etwas teurer, hat ein besonderes Aussehen und eine besondere Rune auf dem Kopf, die ab und zu auch mal aufleuchtet. Ähm, ich sehe aber auch gerade... ne, auf Instagram sehe ich auch nichts. Ähm, das war's eigentlich relativ schon. Ähm, gut, der Pferdemarkt, so ein paar Pferde versetzt, wie jetzt zum Beispiel das Shire, wo ich glaube ein riesiges Sportpferd, die mit dem Balken aufgespießt wurden überhaupt nicht jungenfrei. Ähm, ja, Spekulationen. Was könnte es denn Mittwoch geben? Ähm, es könnte natürlich sein, dass das Winterdorf kommt. Ich kann es euch auf jeden Fall hier mal einblenden. Aber... mir wurde auch gesagt, dass es vielleicht etwas zu früh ist. Da könnte die Person auch mit Recht haben, dass es vielleicht ein bisschen zu früh für das Winterdorf ist. Ähm, mir würde es aber auch nichts ausmachen, wenn es morgen kommen würde, weil wir den ersten Advent hatten wir ja auch schon. Ähm, es könnten wieder ein Lückenfüller kommen, es könnten Quests kommen. Ich kann einfach jetzt gerade echt nur raten, weil, ähm, da ist ja jetzt zumindest noch nichts gepostet und ich habe jetzt extra bis heute mal gewartet. Ähm, vielleicht überrascht mich aber auch noch am Abend was und dann bringe ich nochmal Notfallnews raus. Aber bis jetzt kam noch nichts. Ähm, ja, Winterdorf, neue Quests oder vielleicht nochmal ein Lückenfüller. Ja, Lückenfüller wie zum Beispiel neue Pets oder vielleicht nochmal neue, ähm, Pferdefarben. Das sind ja alles Lückenfüller. Obwohl, wenn dann das Winterdorf schon nicht kommen sollte, würde ich mich ja mehr für Quests freuen. Aber da heißt es nur abwarten und bis morgen warten, die Lieben. Tja, das waren schon die Jorvik-News. Ist heute ein bisschen kleiner ausgefallen. Vielleicht erwartet uns ja doch noch, äh, ja, ein kleiner Teaser oder vielleicht eine kleine Ankündigung von SSO selber. Dann, ähm, nehme ich auf jeden Fall nochmal Jorvik-News aus. Aber dann sage ich auf jeden Fall, ihr Lieben, wir sehen uns morgen zum Update. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!